Felix, kannst du mal im Stream Ausländer-Tierlist machen? Nein, was ist, es gibt das? Ausländer-Rating-Tierlist-Maker. Darfst hier bleiben. Hier bleiben mit Vorsicht. Bleib in deinem Viertel. Bro, wer hat denn diese, die Liste hat ja ein Ausländer itself gemacht. Bleib in deinem Viertel. Bleib zu Hause. Geh in dein Land zurück. Albaner. Hier. Die haben geile Weiber. Die auch. Ah, hier die Deutschen. Die Original-Deutschen. Die bleiben natürlich hier. Ich erkenne doch die Flagge. Ne, die kann die Kleinen. Die haben wir schon mal besiegt. Die können da bleiben, wo sie sind. Mit die können wir ja gut Kirschen essen. Die können mal hier bleiben. Die können mal hier bleiben, sagt euch mal, so wie das ist. China, naja. Die haben uns die Impfung beschert. Naja. Da gibt es ja ein ganz bestimmtes Viertel. Gut. Die anderen kenne ich ja nicht. Das bleibt so. So bleibt das. Ich drücke mal zehnmal hier auf die Pluftet Plus. Das ist ja eine große Prüfung. Was ist das? Das ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR